In diesem Beitrag geht es darum, wie sehr Aktionismus oft schadet. Tagtäglich erlebe ich das hier in Berlin. Eine echte oder vermeintliche Ungerechtigkeit wird erkannt. Und dann taucht der Gedanke auf. Da muss doch wer was tun. Und schon wird losgelegt. Vor allem Empörung erfordert kein weiteres Nachdenken. Und schon geht's los. Viele Menschen sind davon betroffen und wenige sind sich der Nachteile bewusst. Aktionismus Hallo, Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeutencoach unterstütze ich in Berlin und online. Die Absicht ist oft gut. Die Bereitschaft, sich ausreichend mit dem Thema zu beschäftigen, ist eher, naja, oft kleiner. Gesellschaftlich und im Privat- und Berufsleben richtet Aktionismus immer mehr unnötig Schaden an. Aktionismus Unter Aktionismus wird hektisches, unüberlegtes oder zielloses Handeln ohne Konzept verstanden, das häufig darauf abzielt, den Anschein von Untätigkeit oder Unzulänglichkeit zu vermeiden. Das Phänomen des Aktionismus ist weit verbreitet und richtet, freundlich formuliert, weitaus häufiger Schaden an, als dass es nutzt. Wer hinschaut, findet viele Bereiche dafür, dass das so ist. Wir selbst unterschätzen die Tragweite meist. Blinder Aktionismus oder Aktionismusreflex Der Aktionismusreflex ist ein ausgeprägter Reflex in einer Situation sofort und meist ohne gründliche Vorbereitung in Aktion, um der Aktion willen zu beginnen. In besonders ausgeprägten Fällen wird hier auch von blindem Aktionismus gesprochen. Gut gemeint, doch trotz bester Absichten richtet Aktionismus Schaden an oder verschwendet bestenfalls Ressourcen. Evolution Aktionismus liegt in den Genen. Es liegt in der Natur des Menschen, in übersichtlichen, unklaren oder neuen Situationen sofort handeln zu wollen. Die Hoffnung sitzt tief, dadurch weder ausgeliefert zu sein oder noch gefressen zu werden, noch zu verhungern. Naja, okay, heute geht es um andere Themen. Die Hoffnung ist heute eher, dadurch wieder Herr oder Frau der Lage zu werden. Und dass alles wieder unter Kontrolle kommt. Es ist ein Reflex, der sich in der Entwicklungsgeschichte des Menschen vermutlich lange bewährt hat. Lieber etwas, als nichts tun. Gefahren sollen erst einmal abgewendet werden. Action Bias Dieses Verhalten wird auch als Action Bias bezeichnet, weil Menschen die Tendenz haben, umtriebig zu sein und zu handeln. Wir wollen uns lieber aktiv beteiligen, als uns passiv dem Geschehen auszuliefern. Dieses Bedürfnis besteht auch dann, wenn ein Eingreifen unnötig ist oder negative Auswirkungen hat. Das Stammhirn, aus gutem Grund auch Reptiliengehörn genannt, sieht heute in der Fantasie gefährliche Säbelzahntiger, wo keine sind. Deswegen ist Vorsicht geboten, um nicht voreilig Steine auf Mitmenschen zu werfen. Das mag in früheren Epochen der Menschheitsentwicklung überlebenswichtig gewesen sein, doch die Zeiten haben sich durchaus geändert. So ein Säbelzahntiger vor dem Höhleneingang erlaubt einfach auch kein Zögern. Zahn um Zahn, fressen oder gefressen werden. In Situationen, in denen es früher auf schnelles Handeln ankam, ist heute viel öfter Gelassenheit und weniger Aktionismus gefragt. Zuerst gilt es, die notwendigen Informationen zu beschaffen, Hindernisse und Lösungen zu erkennen und erst dann angemessen zu reagieren. Nach überlegten Entscheidungen stellt sich oft sogar heraus, dass eine korrekte Situation, eine konkrete Situation, kein konkretes Handeln erfordert. Abwarten kann oft genauso erfolgreich oder sogar zielgerüchteter, zielführender sein. Vorsicht vor blinden Flecken Blinde Flecken fördern Aktionismus. Wer sich selbst gut kennt und reflektiert, neigt weniger zu Aktionismus und Fehlentscheidung. Es gibt diese Illusion von Geschwindigkeit. Als Unternehmensberater und als Selbstständiger und sicher auch als Privatperson kenne ich Aktionismus selbst aus zahlreichen Perspektiven. Wo Wettbewerb herrscht, überholen die Großen die Kleinen und die Schnellen die Langsamen. Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit verschaffen Wettbewerbsvorteile. Da Vorteile jedoch meist kopierbar sind, ist der Vorsprung nur knapp und bestenfalls mit großem Aufwand zu halten. Wer länger an der Spitze mitspielen will, muss deshalb immer schneller werden und an vielen Fronten gleichzeitig agieren. Und das stellt die Ressourcen auf eine harte Probe. Das alles muss koordiniert werden und nur durch gute Entscheidungen hat die Anstrengung Aussicht auf Erfolg. Und das wird nicht einfacher. Die Fehlertoleranz sind in vielen Bereichen immer geringer. Schneller, immer schneller. Immer mehr soll mit Vollgas unter einen Hut gebracht werden. Und das ohne Pausen. Dafür wird keine Zeit verschwendet. Doch bei zu hohem Tempo kann schnell etwas übersehen werden, was sich später als relevanter herausstellt als gedacht. Alternativen werden ignoriert. Lösungen reifen nicht. Der Überblick geht verloren. Willkommen im Hamsterrad. Besser als Aktionismus. Nachdenken. Und einen Plan machen. Statt hektischer Aktivität. Unproduktiv. Dafür zumindest beschäftigt. Es gibt keinen relevanten Vorsprung durch Hektik. Besser. Viel besser als Aktionismus ist es, Alternativen durchzuspielen, Szenarien zu erforschen und aus einer Vielzahl von Handlungsoptionen die Konsequenzen zu zählen. So entkommen wir dem ererbten Reflex des Aktionismus. Denken erst nach. Entscheiden. Wie stehst du zu Aktionismus? Was siehst du anders? Was gibt es zu ergänzen? Erfahrungen, Tipps und andere respektvolle Kommentare sind willkommen. Tauschen wir uns aus. Carsten Urk, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.